Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist bei einem neuen Video von Gesundheitsheldin. Mein Name ist Sarah und ich bin Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin. Meine Leidenschaft ist es, dir zu helfen, schmerzfrei und leistungsfähig zu werden und das zu tun, was du liebst. Aus diesem Grund stelle ich dir hier immer wieder neue Videos rund um das Thema Beschwerden, was sind Ursachen, was kannst du selber tun, welche Tests kannst du machen, welche Übungen sind sinnvoll. All das packe ich dir hier zusammen. Falls sich das gut für dich anhört, abonniere doch super gerne meinen Kanal, darüber würde ich mich sehr freuen. Heute geht es um den Split Squat, manchmal auch Lunges genannt oder wie auch immer. Das ist eine wundervolle Basisübung, denn sie ist sehr ganzheitlich, sie ist sehr funktionell. Das sind Bewegungen, die wir in unserem Alltag oft und ständig brauchen. Und deswegen möchte ich dir hier ein bisschen Inspiration mit an die Hand geben. Was gibt es für Varianten, was kannst du machen, um dein Training mal wieder ein bisschen anders zu gestalten, neue Trainingsimpulse zu setzen und dich noch ein bisschen mehr herauszufordern. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.